Filmst du schon? Ja, ich filme. Boah, wo bist du da? Süßes. Die Ladezeiten machen mich noch verrückt. Bei jedem Spiel sind die Ladezeiten selber. Das doof ist, die ganzen Spiele, die hier drauf sind, sind nur Demos. Das heißt, wir können nicht alle Fiktionen nutzen am Spiel. Im Wipeout kann man angeblich mit Sprachsteuer die Waffen abfeuern, aber das kann man jetzt leider hier nicht testen. Ach so, das ist nicht dabei, hast du schon gezockt? Ja. Okay. Oh. Das ist cool. Man kann einstellen. Da wird abgebrochen. Wie man gern spielen möchte. Mit den Fix-Motion Sensoren. Ganz normal mit den Steuerungen. Gibt's wohl keinen großen Unterschied. Probieren wir mal Motion aus. Ja. 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 Sehr schwer für Anfänger. Das ist 6-Motion. Sehr schwer für Anfänger. Das ist 6-Motion. Probieren wir mal, ob wir es auf der normalen Steuerung besser spielen können. Also die normale Steuerung ist da schon etwas angenehm. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Musik ist feck. Nein, ich kenne jetzt persönlich nicht so zusammen. Achter Platz.